Moin Moin und Herzlich Willkommen zurück zu Redguard Ja, wir wollten hier mit ihm hier eigentlich quatschen Entschuldigung, kann ich dir helfen? Ja, kannst du mir helfen? Oh, du wieder! Ja, wir sind es wieder! Ich weiß, dass du in der Schmuggler in den Schmuggler in den Schmuggler und ich muss da rein kommen Da! Wo hast du das gehört? Schau, das ist nicht etwas, was ich stolz bin, also steig deinen Punkt an! Lass uns diese Gespräche weiter gehen! Ich habe keine Ahnung, wo der hingeht Ach, der geht da oben hin! Ja, dann gehen wir auch mal da hoch Ich hoffe, die Waffe kommt jetzt nicht hier hinterher Der eine steckt da hinten fest Die Fläche kommt dann zum Beispiel Okay, wachen wir mal mit dem jetzt hier Gambling it then? Gambling it then Gambling away your wife's silver lakins Fertig, erzählg mir was ich zu wissen Was wüsst du über die Zara, die Fläche und die Tolle? kühlschmeiß bitte, ich wüsste nichts Ich habe nur da, um da zu sparen Die Fläche zu sparen Ich habe gehört, dass die Fläche geht dort Aber ich habe ihn nicht mehr gesehen Das ist eine Zara-Fraktion Aber ich versuche, dass wenn meine Freundin weiß, was die Gäblin ist, dann bin ich tot! Gib mir die Passwort! Dann gib mir die Passwort und ich werde es bereit. Natürlich, aber du musst mir helfen. Bitte! Gib mir meine Silber Lockett zurück von dem Rollo-Cheater und ich werde dir die Passwort geben. Bitte! Okay, Rollo, Rollo. Smelly guy! Cheat the cock! Er hat das Lockett gewonnen durch tricklinge der Fowl-Dust-Belly! Okay, wir müssen jetzt also erstmal was anderes finden für ihn. Lakin sagt, er wird das Passwort geben, aber nur wenn ich seine Wife zurückkomme von Rollo. Erasmus, bitte! Okay, wo finden wir jetzt den Rollo? Wer war nochmal der Rollo? Kann ich hier einfach so rein? Open door. Ja, ich weiß ja, wie was mit Waffen los ist. Wer ist denn jetzt Rollo? Oder wer war nochmal Rollo? Der hatte auf jeden Fall mit irgendwen unten am Hafen Stress gehabt, der Lakin. So. Und wir hatten ja von der einen Dame, die hier war. bei diesem, äh, in diesen einen Shopter. Von der hatten wir ja Infos bekommen gehabt vor ein paar Folgen bezüglich hier Lakin und dem Medaillon. Wie sieht es mit dem Dude aus? Kann man eigentlich mit dem quatschen? Hm, er sieht ein bisschen bezüglich. Kann man dem... Kann man dem gleich ein bisschen Geld geben? So sagen wir mal das. Yo! Funktioniert! Nichts. Danke, mein Junge. Mein Name ist Alvik. Wie kann ich dir helfen? Äh. Iszara? Ich bin looking for meine Schindler Iszara. Sie Sie kennen. Das Name klingt so familiar, son. Aber ich bin Angst, dass ich nicht helfen kann. Nicht viele junge Leute haben mehr ein bisschen auf die Schnecke-Songs. Okay, Leak. Du kennst dich mit einem Gruppe der Resslos-Lieb? Ich kann nicht sagen, dass ich es bin, aber ich muss mich selbst halten. Mit der Jokotans-Band von Strauss-Makai habe ich nicht viele Freunde hier in Pahum. Wahrscheinlich muss ich mich selbst packen und verlassen. Wie ist Strauss-Makai-Ferret unter Imperium? Manche Dinge sind zu spät und ich weiß nicht, wer weiß es. Murder in den Straßen? Wo wird es enden? Sag mir das, wo wird es enden? Musik? Du spielst sehr gut. Dankeschön, mein Junge. Niemand besitzt mich, seit die Imperium-Devils, die du nicht konntest. Das ist richtig, die Imperium-Devils. Und ich weiß nicht, wer weiß es. Mörder? Die Imperium-Devils haben die Menschen in Strauss-Makai gebetet? Ach, wenn sie auf die Schuhe kamen, war es Feuer und Späne in der alten Karte. Zumindest, dann konnten sie sich auswählen, dass sie den Kronen sterben waren. Aber zu töten zu diesem innozenten Jokotans-Band? Wenn ich 20 Jahre jünger war... Ich würde jemanden bezahlen. Das wäre 87 Jahre jünger. Old Quarter und Jupiter... Ist der Old Quarter komplett demonstriert? Kann das sein. Es wurde beendet, während die Imperierungen alle die Haus für griffige Reise prüfen. Dann ist nichts, sondern eine ghost hometown. Okay, und Jupiter. Wir haben neue Infos, okay. Ehh, Sign of the, the Sign of the Serpent? Ok, ähm... Ich bin nicht mit der Religion von Yohkuden. Sie haben Rituals und Rituals? Es ist die Wahrheit, dass ich nicht Angst bin. Wir kriegen ihn auf ihn mit neuen Impuls. Die Yohkudans brauchen, dass die ganze Schmerzen, die Magastas übernommen hat. Ja, leider sind die Yohkudans immer als Outsiders. All über Himmels. Es ist kein Verständnis, weil ihre Religion zurückgekehrt zu den früheren Red Guard traditionen. Aber unser neuen Gouverneur hat viel schlimmer gemacht, und dann einfach überraschend sie für Flügel. Was hat der Gouverneur für die Yokudins getan? Er hat die jungen Alte gebeten, dann hat er die resten als Traitern gebeten, und sie hat ihn gebeten, die Ypsdrops-Makai gebeten. Die Yokudins haben mit Redguard-Politik gebeten. Eine preposteröse Notion. Eine preposteröse Notion? Warum sagst du das? Du hast nicht viel Zeit in Hammerfell in Hammerfell, hast du, son? Nein, ich war in Sentinel, aber ich war Hammerfell als ich... sehr jung bin. Ich habe noch nie zurückgebracht. Ich dachte so. Du hast ein bisschen einen Akzent genommen. West Highrock, richtig? Ja, wie ich sagte, das Gefühl gegen die Yokudins geht weiter als Politiker. Even in a civil war. Neither side ever stooped to allow Yokudins to join their ranks. Even the Restless League was too good for them. But all that's over now. Redguard Pride has made us all slaves of the Emperor. I thought you'd never heard of the Restless League. No one pays any attention to an old snake charmer ranting against the Empire. But the League. Now there is a dangerous subject of conversation for anyone. Including young Redguard swordsman with a mercenary heir. Okay, here we are with him. Ah, no, not. Here is the ring. What do you know of this Restless League? If I were as wise as my ears, I would hold my tongue and bid you a good day. But you're no imperial spy, eh? And nothing like the League Bully Boys that came around after Hales murder. Okay, League Bully Boys? I ran into a couple of them myself on my way into town. That's very important. But I don't know how much of the relevance there is. They were asking questions about some women. It was none of my concern. And I didn't want to give his poor mother any more trouble. So I told them nothing. Hey, now I remember why your sister's name sounded so familiar. She was the one they were looking for. Okay, told them nothing. You implied there was something you could have told these Leaguesmen. Mind telling me? Well, Izara met Hale here and they left together the day he died. At the time, I thought it was just a romantic rendezvous. Nothing to do with his murder. But then the League came sniffing around. I can't imagine what it's all about. But I saw no use in adding the League to the Jokuden's troubles. And Addis Morrow. His mother is understandably upset at her son's death. Yes, but it's not just that. Saddam has not yet completed the burial ritual. Although the lad has been in the ground for weeks. So. Dann nochmal back. Und dann haben wir Soul Snare und N'Gaster. Soul Snare? What do you mean? Now that the Prince is dead, that foul worm has woven a magical snare across Stross Makai to feed his hunger for souls. Unless you are buried in consecrated ground, your soul will go straight to N'Gaster if you die. This is why Saban still fears for her murdered son. I want N'Gaster. Tell me more of N'Gaster. While Prince Ator was alive, a name to frighten children. Little more. But our new Imperial Master has allowed the Necromancer's dread power to spread unchecked until his Soul Snare threatens us all. Prince Ator? Okay. Why did Prince Ator allow N'Gaster to stay in Stross Makai? I don't know. Ator's father, Hassan, first allowed N'Gaster to occupy the old wizard's tower. But back then he seemed harmless enough. The mages' guild complained of unsanctioned research. And that they had little influence with old Datsan. The civil war kept Ator occupied until his untimely death. Okay, mages' guild? You seem to know a lot about the mages' guild. Yes. In fact, I am a member. Although you wouldn't think of the mages' guild. I'm retired now. But my friend Jota kept me up to date on guild politics. Until he was arrested by those Imperial Devils, that is. Okay, Jota and Guild politics. Why was your friend Jota arrested? Do they need a reason? One day soldiers came for him, and he's been rapping in jail ever since. Now I'm in jail. Now I'm in jail. We'll get more money from Stross Makai. No more. Maybe we'll get more money from Stross Makai. Jorgundir is an unworthy successor to the Arthemidus chair, if you ask me. You should put weep? The Arthemid Tower would go deeper than I thought. Jorgundir is an unworthy successor to the Arthemidus chair. If you ask me. Now we're going further! Then the Arthemid Tower was loyal to the Prince then. We will further hook! Okay, jetzt noch einmal Jail Rafa, please, Ferry. Okay, wir haben alles durch. Danke, Sir Vic. Warte mal, was haben wir jetzt hier Neues bekommen? So, a young Yokodan named Hayley was killed by the Empyreans. Avic calls it Mara. Hayley's family camps outside the city, waiting to complete the burial ritual. Hayley was born under the sign of the serpent. Avic says that you couldn't believe that the stars lies your destiny from birth to death and beyond. So, jetzt unterschreiben die Leute mir wieder zu viel. So. Hier genau, bei denen hatten wir ja noch etwa gedacht. So, und den wollten wir finden. Enter Dwelling. Was sind hier? Ach so. Geht jetzt schon los? Ich seh nix. Warum sind die alle hier? Komm. Geht weg. Alter. Ich konnte kaum laden. Ich war noch nicht mal fertig mit laden. Ich war noch nicht mal fertig mit laden. Jetzt den noch. Okay. Haben wir geschafft. Search Gold. Okay. Fünf Gold immerhin. Und. Okay. Wir haben das hier jetzt. Aber was ist denn das hier alles? Gibt es hier irgendwas zu muten? Warte. Warte da. X-Termis. Weiß ich. Warte da. Ex-Termis. Echt. Was hat es hier wirklich mit dem? auf sich ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt hier genau gemacht habe oder machen sollte so, gehen wir mal raus so, jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir eigentlich hin für diesen Rollo ist er vielleicht unten ist das hier Rollo okay, der will nicht quatschen der will kämpfen daneben so, wer war Rollo? du warst nicht Rollo äh, gethema oder wie er jetzt hieß Siona wer war jetzt aber Rollo Rollo war doch irgendwo wer war jetzt Rollo ich hab keine Ahnung kann man eigentlich hier auch mehrere Häuser rein? der hier zu okay auch zu so, die Waffen sind hinter uns her immer noch können wir da nach oben hin da oben rein Harbour Tower, okay hier können wir rein so, mal gucken, was jetzt da auf uns zukommt ich sehe nichts, ist alles dunkel okay hier geht es einmal runter und einmal nach oben äh, ich will hier ganz normal runter, ja Cyrus, runter gehen was ist das denn? das ist das Gold nehmen wir mit? sonst glaube ich gibt es hier nichts wir haben aber echt viel Gold jetzt mittlerweile könnten wir eigentlich nur mal ein paar Helft-Botens kaufen also das eine ging hier wieder raus wo führt das hier hin? auch nach draußen ähm, aber ich würde hier ein Savegame machen wollen ich habe nämlich immer noch Angst dass das Spiel hier abspuniert so, Ladebildschirm immerhin so, wo geht das denn hin? noch mal ein Harbour Tower hmm hier ist ein Leiter und eine Fahne Talk to Man Talk to Man Hallo Sir, Sir Sir, could I speak to you for a moment? Who's there? What do you want? My name is Cyrus I'd like to ask you a few questions if you don't mind Mind? Why would I mind? I'm Pernell by the way Ask away my boy Isara, Restless League, Strassenkai, Watchtower Do you know my sister? Is-Is-Isara Is-Isara Is-Isara? And your style is your brother? Of course Probably looks just like you too Who had seen the family resemblance? But without my eyepiece I'm afraid I can't get too good a look at you You know I haven't seen a Czar around in quite some time Okay, Restless League Have you heard of a group called the Restless League? My ship was attacked by a couple of them on the way here That was you? I saw the whole thing through my telescope, you know Not much of a battle though You really gave those ruffians what for? Wait a minute, maybe the Restless League is after you too I wonder what Isara could have done to get them so riled up Two? Do you mean the Restless League is after my sister? Why didn't you say so before? You never said she was missing, Cyrus This was months ago anyway And my memory ain't what it used to be Cause I was saying Couple of them boys came around asking about her But not respectful like you Gave me the hairy eyeball Trying to scare an old man Don't believe anyone has the right to talk to me like that No wonder they have such a bad reputation Okay, there's more How does the city fare with the Imperials in charge? I got nothing to tell that you can't hear from anyone in town This was the heart of crown resistance But look at it now When you lock up or murder every crown or league supporter You don't leave much What are you watching for up there? Chips, Sonny I'll let the town know when a merchant ship is coming into port Reminds me of my seafaring days a bit Watching out from the crow's nest But now I'm stuck with this job How come? Of course ships are about the only thing I can see I lost my eye piece around here somewhere And the spyglass here's no right alternative So, what did the restless league fellows want to know? Just if I'd seen a czar, let them know if I ever did Aha! Like I'd tell them anything after they come and hear all threatening like Seems to think she's stolen something from them If that's true, no wonder she's disappeared Either they found her or she's making sure they don't Okay, contact please I thought the restless league was outlawed How would you contact them? You'll find out soon enough The smugglers' den is hooked up with the league somehow Not directly Or it'd be out of business by now with Fatboy on a rampage But I'm sure they could still get in touch with the league Where is the smugglers' den? Under Michael's shop But it ain't that simple No one gets him without a password Okay, password? Do you know the password? Afraid not, Cyrus Okay What kind of reputation does the league have? Terrorists, pirates all left No doubt about it They hate to be trifled with I think only Lakin has the password Only him And the Empire don't like to be messed with either Empire is a boy The league is fighting against the imperial occupation? They were Not openly like the crowns But that's never been the league's way Blowing up Rickton's flagship more on their line Watched it burn from right here An amazing sight But what did it accomplish? The Empire is still here And I haven't heard hide nor hair of the league Until today Okay, Fatboy and Eyepiece Fatboy, who do you mean? Right, you're no one town Haven't yet been introduced to Governor Rickton Okay, und Eyepiece So you can't see without your Eyepiece? I can see the galleons and spice traders just fine with this spy class But other than that, I mean I can't very well walk around town holding a telescope up to my eye It might be kind of funny though I'm laughing even as we speak Could you maybe find it for me, lad? It's a strange kind of loneliness when the beginning of your vision is at a half a hundred yards I'll find it for you, Prunel, don't worry, don't worry Warte, jetzt muss ich ihm auch noch was suchen Thanks Prunel Ähm Prunel heißt der So, ich würde sagen, das speichern wir auch einmal So Und dann muss ich jetzt eben ganz kurz hier ein paar Nachrichten beantworten, denn ich werde jetzt gerade zugespampt, dann sehen wir uns gleich wieder So Und da bin ich auch wieder Gehen wir hier jetzt mal raus, gespeichert haben wir So, dann ist jetzt nur die Frage Das müssten wir jetzt genau noch alles machen Wir haben hier jetzt Die Leute wollen hier zu viel von mir Wo finde ich jetzt das auch noch? Ich muss hier jetzt zu viele Sachen finden Die Leute wollen hier zu viel von mir Vor allem, es wird hier auch nichts markiert, wo ich suchen muss Da muss ich wirklich noch meinen Kopf selber noch benutzen So Ich erwarte zu viel von mir, dass ich meinen Kopf benutzen muss So Jetzt ist aber die Frage, wo finden wir Das Eine Ui Daneben Wir müssen hier einige Sachen finden auf jeden Fall Ich glaube, wir lassen uns in Ruhe Der hier ist zu, okay Daneben Ja Ja Die auch zu? Okay Können wir irgendwie in die Zelte hier rein? Ne Kann ich nicht Unter BELTOWER War wir hier schon drinne? Waren wir im BELTOWER schon drinne? Wer ist denn das? Toppenman? Wer ist denn das jetzt? Grüezi old man, ich bin Cyrus Cyrus, eh? Never heard of you! Must we do around here? My name is Favis Everybody just calls me Favis, don't you? So, der muss auch bestimmt My sister Izara is missing Do you know her? Sure, nice young lady too! Sister, you say? I haven't seen her around in a while though I wonder if she might be missing Joah, Izara is missing Apparently no one has seen her for months Do you have any idea what might have happened? Might have something to do with the rest of this league Some of them fellows came around looking for a while back Isara trouble? Isara was in trouble with the restlessly? I didn't say that Although come to think of it They didn't look too friendly No one you wanna cross that's for sure Their enemies have a way of turning up dead Okay, restlessly My ship was attacked by two members of the restless league Just off Stroth Mackay What can you tell me about them? Not much Fire eating red god nationalists Boy, even the most crowns could summon it But they've kept quiet since the old quarter was burned I wonder why they decided to attack your ship Crowns, Alcata, League Attack, my ship Droth Mackay was a crown stronghold, wasn't it? It was the seat of power for the crowns Ator led the crowns from here after society death We've suffered greatly for us We've suffered greatly for us We've suffered greatly for us We've suffered from the crowns But not all the fights Not all? No, the battle in the old quarter did that What happened to Prince Ator? He died in battle Like a red god hero of old I've heard tales that he ain't dead But that's all rubbish Really? I spoke with sailors from the Garamard Seconding line of battle behind a Toa's flagship They saw him on deck just as the dragon lit up his ship Like a festival of bog fire Weren't any survivors from the flagship? Not a one That's not King Fassad's death was inconvenient for many But I've never heard tell of foul play Nor I The forebearers prefer Sassad to his son Ator A known League sympathizer Sassad had no patience for the League himself Call them terrorists May be true But they've shown more sense to the crown Through this whole bloody mess Well, I expected to see Stroth Mackay full of forebears After their victory Hardly a forebear victory It was imperial might that defeated the crowns, laddie Make no mistake about that The foreshows few that Ripken brought where they mostly stay up in the palace Or drink themselves to stupor You might run into them at the dragon tail Looking for trouble But you'll want to be kept Tell me what happened in the old quarter The crowns made their last stand there after the dragon destroyed Ator's fleet Since its bravado Should have done what the League did And laid low until the Imperials were off guard Instead they went down fighting Red guard heroes but dead all the same Geek attackmanship I don't know How long has it been since their last attack? Hmm Must have been a month or two at least Their last big success was blowing up Ripken's flagship Right here in the harbor A pity in a way Whatever else you say about the Imperials They make beautiful ships For that little cape across the League Let it Afterward Ripken rounded up anyone Who'd ever spoken to a League I was starting to think He had crushed them completely That's all for now, folks Thank you for being here I'm your Max Deus And Ciao Hey Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020